Hier waren gerade 2 Delphine, aber wir haben sie nicht mehr gesehen, sie sind jetzt leider weg. Wir machen gerade Kaffee bei sie, eine Zitrone mit heißem Wasser, ein bisschen Apfelkuchen, ein paar Chips, gibt es alles an Buffets, Matthias sein Käffchen und hier seht ihr noch die schönen Orchideen. Und die sind alle frisch, auf allen Tischen stehen 2 Orchideen.